Hey Leute, Daniel hier. Ich bin jetzt auch nominiert für ein ALS Ice Bucket Challenge. Vielen Dank. Ich möchte es ein bisschen anders machen und zwar möchte ich gerne eine Hommage für Jason Becker spielen. Jason Becker ist ein Gitarrist, der an ALS erkrankt ist und hat früher für David Lee Roth gespielt. Super Sachen und hat irgendwie auch geile Soloscheiben und der hat diese Paganini Sachen so geil gespielt und ich würde das gerne auch gleich mal zumindest mal versuchen. Ja, checkt Jason Becker aus dem Internet, findet da viele Reportagen und Videos. Lohnt sich, kann man viel von lernen und ja, gespendet habe ich, jetzt muss ich nur noch spielen. Also auf geht's. Okay. Musik 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 Musik